Rock Antenne. Die Nachrichten. Bayern, Deutschland und die Welt. Mit Cordula Zen. Grüß Gott. Sie haben Rock Antenne zum beliebtesten Rock-Sender in Deutschland gemacht. Das ergab die aktuelle Media-Analyse. Diese ermittelt, wer welchen Radiosender hört. An dieser Stelle sagt das ganze Rock Antenne-Team. Vielen Dank fürs Einschalten. Danke. Ja, danke. Das war mir immer klar, dass dieses Team was kann. Danke. Danke. Rock'n'Roll. Rock Antenne. 100% Rock. Non-Stop.